Restaurant zur Posten, mit Rupp. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Manfred Meier, mein Name. Bin ich da beim Restaurant zur Posten in Münster? Das ist richtig, ja? Ja, das ist... Hatten Sie gerade schon versucht? Weil ich habe nur noch nichts verstanden gehabt. Ja, ich hatte gerade eben versucht, aber bei Ihnen war eine Störung irgendwie. Da war so eine nette Dame. Ja, aber jetzt geht's ja. Jetzt ist ganz gut. Ja, da war irgendwie so eine Dame bei Ihnen. Die hat gesagt, legen Sie auf, bitte nicht anrufen. Keine Ahnung. Ganz komisch. Ich habe mal eine Frage. Wie lange haben Sie denn heute noch geöffnet? Jeden Nachbetriebsbedarf. Bis die Gäste dann halt wechseln, dann ist Feierabend. Ja. War Kollege schon mal bei Ihnen? Bitte? Der Kollege, war der schon mal bei Ihnen? Ich weiß nicht, was für ein Kollege Sie meinen. Herr Kollege, ist egal, auf jeden Fall. Oh ja, oh, oh, oh. Buddy left your channel. Buddy joined your channels. Kokain gibt es nicht, ne? Bitte? Äh, warte mal, da war irgendwas, Digga. Bruder, ähm, wie viel kostet denn bei dir ein Bier, Bruder? Ein Bier bei Ihnen? Bitte? Mal was? Äh, wie viel kostet ein Bier bei Ihnen? Ein 60. Ein 60. Ja, das ist ja auf jeden Fall gut. Und Speisekarte haben Sie alles da schön. Könnten Sie auch reservieren? Wäre das alles möglich? Die Karte hat jetzt gleich geschlossen schon. Alles klar, ich gebe dir immer mit der Faust. Ich dachte, Bruder, du kommst in China wieder raus. Okay, alles klar, ich bedanke mich. Ja, bitte. Ja, gute Nacht, Bruder. Aus der Rhein.